hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen format cookie zockt wir haben jetzt das spiel da muss man hier die ganzen also die dinge so schieben also der hund und hier habe ich die sind es sehr wichtig dass man befindet so da kommt es ganz gut so gut man will sich guck mal Cookie guck mal Cookie guck mal Cookie guck so komm rein ja guck ich weiß dann schon ein bisschen wie es geht geh mal ah du hast jetzt schon eins Cookie jetzt zeig mal wie man das macht wo schiebt das also Cookie schiebt das mit der Nase glaube ich los der Nase und und die Muster Schuhen ist so ist ist Das ist super!